Heute bin ich wieder in meiner Werkstatt. Mit diesem Material werde ich heute ein neues Video drehen. Was es wird, seht ihr gleich im Video. Willkommen auf meinem Kanal, Selbstversorger Naturbelassen. Was es wird, könnt ihr bestimmt schon erahnen. Ihr werdet es gleich sehen. Viel Spass dabei! Schrauben, 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 Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Schrauben après. Schrauben Sieg Das war's für heute. Und dann noch ein bisschen wasser. .